Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfacher die Bildqualität von euren Bildern drastisch verbessern könnt. Das heißt, wenn die Bilder unscharf sind oder ähnliches, ihr die richtig schön scharf bekommt. Das Ganze ist relativ einfach. Wir gehen dafür in die Suchleiste und geben hier nun einmal ein Upscale Media. So, Upscale Media, dann haben wir hier Bildauflösung erhöhen, Upscale.media, drücken hier einmal drauf und können jetzt hier kostenlos ein Bild hochladen. So, machen das Ganze. Wir nehmen jetzt hier irgendein Bild bzw. wir ziehen jetzt hier eins rein. Ich nehme jetzt im Prinzip einmal dieses Bild und jetzt seht ihr schon, das Bild wird verarbeitet. Wir haben jetzt im Prinzip dieses unscharfe YouTube-Bild hier, was ich gerade gemacht habe. Und jetzt sehen wir schon, das ist jetzt hier hochskaliert mal 2 und ich denke mal, man erkennt hier schon relativ gut den Unterschied. Jetzt können wir das aber sogar nochmal auf mal 4 hochskalieren und dann werdet ihr sehen, das Ganze wird noch schärfer. Klar, hier sind auch manchmal kleine Fehler drin, das kann unter Umständen sein. Und ansonsten können wir hier auch nochmal auf Qualität verbessern gehen, das geht natürlich auch. Und ich denke mal, der Unterschied sollte aber klar sein. Und dafür, dass es kostenlos ist, ist das hier schon eine sehr, sehr gute Qualität. Und ich denke mal, man erkennt auf jeden Fall, wie sich die Bildschärfe hier eindeutig verbessert hat. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video hier ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr da sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und dann bis zum nächsten Mal.